Hallo und herzlich willkommen hier vorne zu einer wunderschönen neuen Streamingkündigung für heute Abend, Sonntag den 17.11.2019. Ich möchte mal wieder mit euch ein bisschen Hearthstone spielen, werde am Anfang so ein, zwei Wild- oder Standard-Games machen, um mich wieder ein bisschen einzuspielen. Und dann seid ihr mal wieder gefragt, denn ich möchte von euch wissen, was würdet ihr lieber sehen? Sagt ihr eher, hey, ich bin gerade so ein bisschen immer noch auf dem Battlegrounds-Trip oder alternativ aber, wollt ihr mal wieder ein bisschen Standard-Gameplay sehen? Würde mich auf jeden Fall interessieren, momentan ist die Meta ja für viele Leute gar nicht so befriedigend, weil halt sehr, sehr viele Schamanen unterwegs sind und dieser Evolve-Schamane extrem stark ist mit den, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese komischen Häschen und dem Mogu-Flash-Shaper oder wie auch immer er heißt. Übelst gutes Deck, Leute, falls ihr das noch nicht gespielt habt, spielt es auf jeden Fall. Alternativ wird dazu auch irgendwann mal in nächster Zeit ein Gameplay kommen. Und ja, deswegen schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, was ihr gerne sehen würdet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Start seid. Start wie immer zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr. Jetzt hat es sich wieder nach hinten verschoben, einfach, da wir da jetzt so ein bisschen, ich möchte einfach mal sagen, freier sind vom Aufnehmen her, da die Sekretärin dann einfach schlafen gehen kann und alles. Deswegen, ja, soll es eigentlich gewesen sein hier mit dieser Ankündigung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr heute Abend dann mit am Start seid. Haut rein! Bis heute Abend, 20.00 bis 20.30 Uhr. Turulü!